Hier war seit Monaten keiner mehr. Es ist wunderschön. Ich liebe dich, Emily. Ich dich auch. Will noch jemand einen Schluck? Ja, bitte! Hast du sowas schon mal hier draußen gesehen? Es ist in den Bäumen. Es ist überall. Irgendwas in der Luft. Mir war vorhin ein bisschen schwindelig. Mir geht's nicht gut. Gut, gut, gut. Ich fühle mich, als wäre ich K.O. geschlagen worden. Ich kann mich an nichts erinnern. Mr. Turner? Hey! Mitch! Mrs. Turner, wo ist Mr. Turner? Granger! No! Hallo! Was ist hier nur los? Ich weiß es nicht. Irgendwas aus dem Wasser. Ich kann es in mir spüren. Was ist das? Höh! 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 Ich hab so viel Spaß hier. Ich muss ins Krankenhaus. Hallo, antworten Sie! Wir brauchen Hilfe! Hab keine Angst. Keine Angst. Keine Angst. Nein. ército... Neidiaast! Es ist nichts. Neidiaast. Vielen Dank.